Pinkfong Heute spielt Pinkfong mit der Baby-Hai-Familie. Pinkfong taucht tief ins Meer. Die Hai-Familie ist nicht zu Hause. Hä? Wo sind sie? Baby-Hai, wo bist du? Wo sind alle hin? Baby-Hai hat Pinkfong eine Nachricht hinterlassen. Pinkfong, wir spielen Verstecken. Los, finde uns! Lass uns gemeinsam die Hai-Familie finden. Lass uns Papa Hai finden. Hast du schon mal Papa Hai gesehen? Blauer Schwanz, Papa Hai. Hast du schon mal Papa Hai gesehen? Blauer Schwanz, Papa Hai. Ach, da ist er. Nein, ich bin ein Seelöwe. Würdest du mir zuhören, wie ich Geige spiele? Hm, ist das Papa Hai? Hallo, Pinkfong. Willst du mit mir spielen? Es war ein Delfin. Lass uns nach Papa Hai suchen. Ich glaube, ich habe Papa Hai gefunden. Richtig, da bin ich, Papa Hai. Papa Hai, dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü, Papa Hai. Lass uns Mama Hai finden. Hast du schon mal Mama Hai gesehen? Rosa Schwanz, Mama Hai. Hast du schon mal Mama Hai gesehen? Rosa Schwanz, Mama Hai. Oh, Pinkfong. Es wäre besser, wenn du ein Prinz wärst. Ups, schuldige Meerjungfrau. Lass uns Mama Hai wieder suchen. Und du bist? Gut gemacht, Pinkfong. Du hast mich gefunden. Mama Hai, dü-dü-dü-dü-dü-dü, Mama Hai. Da ist noch ein rosa Schwanz. Wer ist das? Hai, ich hätte dich täuschen können, Pinkfong. Das warst du, Seestern. Du täuscht mich nicht. Lass uns jetzt Mama Hai finden. Hast du schon mal Mama Hai gesehen? Oranger Schwanz, Mama Hai. Hast du schon mal Mama Hai gesehen? Oranger Schwanz, Mama Hai. Es gibt zwei Schwanzarten. Einer ist eine Doppelschwanzfäuse. Und der andere ist ein Dreizacksschwanz. Welcher ist der Schwanz von Mama Hai? Ähm... Der Schwanz von Mama Hai ist dieser. Du hast mich gewundert, Pinkfong. Gut gemacht! Oma Hai, dü-dü-dü-dü-dü-dü, Oma Hai. Dann wem gehört dieser Schwanz denn? Er gehört mir. Ich bin Krebsi. Jetzt ist es Zeit, nach Opa Hai zu suchen. Hast du schon mal Opa Hai gesehen? Grüner Schwanz, Opa Hai. Hast du schon mal Opa Hai gesehen? Grüner Schwanz, Opa Hai. Oh, da ist Opa Hai. Wie kannst du es wagen, mich zu berühren? Ich werde dich vergiften. Oh, die Quelle wird mich vergiften. Was soll ich tun? Hey, was machst du hier? Nein, nein, nichts. Ah, ah, ah. Wow, es war nett von Opa Hai uns zu helfen. Danke, Opa Hai. Nichts zu danken. Ich habe einfach das Richtige getan. Opa Hai, dü-dü-dü-dü-dü, Opa Hai. Und jetzt müssen wir Baby Hai finden. Hast du schon mal Baby Hai gesehen? Gelber Schwanz, Baby Hai. Hast du schon mal Baby Hai gesehen? Gelber Schwanz, Baby Hai. Bist du da? Hm, niemand ist hier. Wie wäre es denn dann hier? Hier ist auch niemand. Wo bist du, Baby Hai? Oder vielleicht hier? Hab dich. Ich habe dich gefunden. Weißt du, ich könnte mich viel besser verstecken. Baby Hai. Baby Hai, Mama Hai, Oma Hai, Papa Hai und Opa Hai. Wir haben die ganze Hai-Familie gefunden. Sehr gut, Pingfong. Jetzt kann die Party beginnen. Du wie, du wie, du wie, du bop. Du wie, du bop. Farbige Busse. Du wie, du wie, du bop. Los geht's! Roter Bust, roter Bust, wo bist du? Rote Rose, rote Kirschen, roter, roter Apfel. Hier bin ich, hier bin ich, wie geht es euch? Blauer Bust, blauer Bust, wo bist du? Blauer Himmel, blaues Meer, blauer, blauer Wal. Hier bin ich, hier bin ich, wie geht es euch? Gelber Bust, gelber Bust, wo bist du? Gelbe Sonne, gelber Hut, gelbe, gelbe Ente. Hier bin ich, hier bin ich, wie geht es euch? Weißer Bust, weißer Bust, wo bist du? Weiße Wolke, weiße Milch, weißer, weißer Schneemann. Hier bin ich, hier bin ich, wie geht es euch? Und jetzt alle! Es gibt Rot, Blau, Gelb und Weiß. Sie sind wirklich überall. Rot, Blau, Gelb und Weiß. Farben sind so wunderschön, oh ja! Grüner Bust, grüner Bust, wo bist du? Grüner Frosch, grüner Baum, grüner, grüner Kobold. Hier bin ich, hier bin ich, wie geht es euch? Oranger Bust, Oranger Bust, wo bist du? Orange Möhre, Oranger Kürbis, Orange, Orange Abendsonne. Hier bin ich, hier bin ich, wie geht es euch? Lila Bust, Lila Bust, wo bist du? Lila Traum, lila Kleid, lila, lila Blumen. Hier bin ich, hier bin ich, wie geht es euch? Rosa Bust, Rosa Bust, wo bist du? Rosa Lolli, rosa Ballon, rosa, rosa Pinkfong. Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, jetzt geht's los! Es gibt Grün, Orange, Lila und Rosa, sie sind wirklich überall. Grün, Orange, Lila und Rosa, Farben sind so wunderschön, oh ja! Farben sind so wunderschön, alle Farben! Hallo Freunde, wo ist heute Pinkfong zum Spielen gekommen? Willkommen, Pinkfong, das ist das Meerestierheim. Hier können sich verletzte Tiere erholen und spielen! Wartet, seid vorsichtig! Oh, Entschuldigung, falls ich jemanden erschreckt habe, ich wollte nur spielen. Wollt ihr zusammen Verstecken spielen? Mama, Papa und ich werden uns verstecken. Findet uns! Oh, das war ein süßer grauer Babyhai. Versteckspiel? Klingt lustig! Pinkfong, Freunde, warum spielt ihr nicht Verspeckspiel mit dem grauen Babyhai? Klingt super! Kriegen wir das hin? Wir helfen dir! Zusammen mit unserer Mamahai, lasst uns zuerst Grau-Schwanz-Mamahai finden. Hast du schon mal Mamahai gesehen? Grauer Schwanz-Mamahai! Hast du schon mal Mamahai gesehen? Grauer Schwanz-Mamahai! Oh, dort oben hat sich jemand bewegt. Könnte es graue Mamahai sein? Hey, wer zieht an meinem Schwanz? Oh, Entschuldigung, Krokodil. Wir wussten nicht, dass du es bist. Oh, ein grauer Schwanz wackelt da drüben. Könnte es graue Mamahai sein? Genau richtig. Ich bin's, graue Mamahai. Gute Arbeit, meine Freunde. Lasst uns jetzt grauer Papahai suchen. Okay. Freunde, lasst uns grauer Papahai suchen. Zusammen mit unserem Papahai lasst uns als nächstes Grau-Schwanz-Papahai finden. Hast du schon mal Papahai gesehen? Grauer Schwanz-Papahai! Hast du schon mal Papahai gesehen? Grauer Schwanz-Papahai! Das ist ein grauer Schwanz. Das ist ein grauer Schwanz. Könnte es grauer Papahai sein? Ich habe versucht zu schlafen. Ah! Hai! Schuhe! Oh, wir wollten dich nicht erschrecken. Da ist ein grauer Schwanz. Ist das Papahai? Genau richtig, meine Freunde. Ich bin's, grauer Papahai. Danke, dass ihr mich gefunden habt. Mamahai-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Papahai-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü. Hier seid ihr-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü. Hier seid ihr! Wow! Zuletzt, lasst uns graues Babyhai finden. Hast du schon mal Babyhai gesehen? Grauer Schwanz, Babyhai. Hast du schon mal Babyhai gesehen? Grauer Schwanz, Babyhai. Freunde, da sind zwei Schwänze. Welcher gehört eurer Meinung nach zu graues Babyhai? Der hier? Rufen wir gemeinsam graues Babyhai. Babyhai, bist du hier? Oh, hallo Kinder. Kommt mit mir zu meiner Killerwahlhöhle. Ich habe viele Spielsachen und Leckereien. Ah nein, wir folgen keinen Erwachsenen, die wir nicht kennen. Was? Beeilt euch und folgt mir. Oh nein, lass uns unsere Erwachsenen holen. Hilfe! Hilfe! Was tust du da? Weg mit dir und zwar sofort! Tut mir leid. Vielen Dank für deine Hilfe! Pinkfong, Freunde, danke, dass ihr unsere Erwachsenen geholt habt. Dieser fiese Killerwahl. Kinder, geht niemals mit Erwachsenen, die ihr nicht kennt. Ja, wir werden ab jetzt vorsichtig sein. Babyhai, du-du-du-du-du, Babyhai, du-du-du-du, her bist du, du-du-du, her bist du. Wow! Grauer Mama-Hai, grauer Papa-Hai, grauer Babyhai. Wir haben die graue Hai-Familie gefunden. Gut gemacht, Leute! Das war so lustig. Lasst uns nächstes Mal wieder zusammen verstecken spielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war so lustig. Oma, 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 o Kugelschaft! Ja, das war's! Ja, das war's! Heute geht Pingfong mit der Hai-Familie im Unterwassersupermarkt einkaufen. Pingfong schwimmt ins Meer. Was sollen wir kaufen? Pingfong, du bist hier. Was sollen wir machen? Mama Hai, Papa Hai und Baby Hai sind alle verschwunden. Ich kann sie nirgendwo finden. Pingfong, Freunde, könnt ihr unsere Familie finden? Oh nein, keine Sorge, wir werden euch helfen. Pingfong, Freunde, lasst uns gemeinsam die Hai-Familie suchen. Lasst uns gemeinsam nach Mama Hai suchen. Hast du schon mal Mama Hai gesehen? Rosa Schwanz, Mama Hai. Hast du schon mal Mama Hai gesehen? Rosa Schwanz, Mama Hai. Oh, ich sehe da drüben ein Rosanes. Ist es Mama Hai? Hallo, ich bin ein süßer, süßer, rosa Pfirsich. Mh, das riecht so gut. Oh, da drüben bewegt sich ein rosa Schwanz. Los! Seestern, leckerer Seestern. Er ist im Angebot. Pingfong, möchtest du einen Seestern? Äh, nein danke, Herr Wal. Hm, wo ist Mama Hai? Aha, wir haben Mama Hai gefunden. Pingfong, Freunde, ihr habt nach mir gesucht. Es tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Mama Hai hat ein paar leckere Muscheln gekauft. Hä? Aber wo ist Papa Hai? Er sollte hier in der Nähe sein. Kannst du ihn finden? In Ordnung. Freunde, lasst uns Papa Hai finden. Hast du schon mal Papa Hai gesehen? Blauer Schwanz, Papa Hai. Hast du schon mal Papa Hai gesehen? Blauer Schwanz, Papa Hai. Oh, ich sehe einen blauen Schwanz. Ist das Papa Hai? Dö, dö, dö. Ich bin Papa Hai Roboter. Ist das, wonach ihr sucht? Nein, nein, wir suchen Papa Hai. Nein, sagst du? Dö, 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 dö. Dann vielleicht da drüben? Wow, das muss der Schwanz von Papa Hai sein. Danke, Roboter. Oh, ihr habt nach mir gesucht? Ich habe einen leckeren Kuchen gekauft. Aber wohin ist Baby Hai gegangen? Pingfong, Freunde, könnt ihr mir helfen, Baby Hai zu finden? Mama Hai, dö, 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 dö. Papa Hai, dö, 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 dö. Hier sind sie. Dö, 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 dö. Hier sind sie. Wow! Suchen wir zuletzt nach Baby Hai. Hast du schon mal Baby Hai gesehen? Gelber Schwanz, Baby Hai. Hast du schon mal Baby Hai gesehen? Gelber Schwanz, Baby Hai. Lasst uns nach Baby Hai suchen, während wir bezahlen. Ich bin eine saure, saure, gelbe Zitrone. Ich bin ein süß und saure Ananas. Ich sehe hier zwei gelbe Schwänze. Welcher davon gehört Baby Hai? Hier. Rufen wir gemeinsam nach Baby Hai. Bist du Baby Hai? Ihr habt recht, Freunde. Ich bin's, Baby Hai. Dies ist mein Geschenk an euch, Pinkfong und Freunde. Wow! Leckere gelbe Bananen. Danke, Baby Hai. Baby Hai, dö, 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 dö. Baby Hai, dö, 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 dö. Hier bist du, dö, 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 dö. Hier bist du. Wow! Mama Hai, Papa Hai und Baby Hai. Wir haben die Hai-Familie gefunden. Tolle Arbeit, Leute! Ohohoho, du hast unsere Familie gefunden. Danke, Pinkfong. Danke, Freunde. Tolle Arbeit, Leute. Lasst uns jetzt nach Hause gehen und uns etwas ausruhen. Lass uns nach Hause gehen. Gehen wir nach Hause was essen? Oh, mein Arm tut weh. Baby Hai, dö, 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 dö. Mama Hai, dö, 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 dö. Papa Hai, dö, 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 dö. Papa Hai, dö, 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 dö. Oma! Ja? Oma Hai, dö, 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 dö. Auf zur Jagd, dö, 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 dö. Auf zur Jagd! Halt! Wartet! Hä? Tante Hai, dö, 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 dö. Tante Hai, dö, 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 dö. Tante Hai, dö, 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 dö. Onkel Hai, dö, 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 dö. Onkel Hai, dö, 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 dö. Onkel Hai, dö, 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 dö. Auf zur Jagd, auf zur Jagd, lauf schnell weg, lauf schnell weg, lauf schnell weg, lauf schnell weg. Heute bringt Pinkfong leckere Kekse zur Hai-Familie. Pinkfong schwimmt ins Meer. Hä? Die Hai-Familie ist nirgendwo in Sicht. Wo sind alle? Tut mir leid, dass wir zu spät sind, Pinkfong. Das Problem ist, Mama Hai, Papa Hai und Baby Hai sind noch alle im Badezimmer. Sie stecken im Badezimmer fest, weil es kein Toilettenpapier gibt. Pinkfong, könntest du Toilettenpapier holen? Freunde, würdet ihr Pinkfong helfen, Toilettenpapier zu bringen? Sollen wir zusammen nach Mama Hai suchen? Hast du schon mal Mama Hai gesehen? Rosa Schwanz, Mama Hai. Hast du schon mal Mama Hai gesehen? Rosa Schwanz, Mama Hai. Ein rosa Schwanz? Ist es Mama Hai? Pinkfong, Freunde, hallo. Wartest du in der Schlange, um die Toilette zu benutzen? Du kannst zuerst gehen, wenn du es eilig hast. Oh, es ist eine Meerjungfrau. Nein, es ist okay. Danke. Hä? Ich glaube, ich habe hier einen Furz gehört. Wer könnte es sein? Wenn du auf die Toilette gehen musst, musst du etwas länger warten. Oh, es riecht. Okay, Schildkröte. Hm, ist das Mama Hai? Ja, ich bin's, Mama Hai. Freunde, könnt ihr mir das rosa Toilettenpapier geben? Uh, danke, Freunde. Dank dir bin ich jetzt sauber, nachdem ich aufs Töpfchen gegangen bin. Gut gemacht, Kinder. Aber Mama Hai, vergisst du nicht etwas? Du musst deine Hände waschen, Mama Hai. Schön und sauber, dü-dü-dü-dü-dü, wasch die Hände. Wow! Lass uns als nächstes Papa Hai suchen. Hast du schon mal Papa Hai gesehen? Blauer Schwanz, Papa Hai. Hast du schon mal Papa Hai gesehen? Blauer Schwanz, Papa Hai. Ich habe einen blauen Schwanz gefunden. Es ist Papa Hai, oder? Ich bin nicht Papa Hai. Ich bin der blaue Mama Wal. Oh, Entschuldigung, Mama Wal. Es gibt zwei blaue Schwänze. Welcher ist Papa Hai? Hier. Lass uns zusammen Papa Hai rufen. Papa Hai, bist du hier? Ihr habt recht, Freunde. Kannst du mir jetzt das blaue Toilettenpapier geben? Puh, dank dir bin ich abgewischt und sauber. Vielen Dank, Freunde. Vergiss nicht, dir die Hände waschen, Papa Hai. Schön und sauber, dü-dü-dü-dü-dü, wasch die Hände. Wow! Schließlich, lass uns Baby Hai suchen. Hast du schon mal Baby Hai gesehen? Gelber Schwanz, Baby Hai. Hast du schon mal Baby Hai gesehen? Gelber Schwanz, Baby Hai. Oh, Baby Hai ist hier natürlich. Quack, Quack, Pinkfong, mein Bauch tut weh. Okay, lass uns später sprechen. Quack, Quack. Hm, wo ist Baby Hai? Einer von diesen beiden muss Baby Hai sein. Baby Hai hat große, scharfe Zähne. Freunde, welcher ist Baby Hai? Wir haben Baby Hai gefunden. Ihr habt mich gefunden, Freunde. Danke. Ich bin ein gelber Delfin. Freunde, könnt ihr mir das gelbe Klopapier geben? Dank euch, Freunde, bin ich ganz sauber. Lasst uns jetzt nach Hause gehen. Du musst deine Hände waschen. Schön und sauber, dü-dü-dü, wasch die Hände. Wow! Mama Hai, Papa Hai, Baby Hai. Alle haben ihre Hände gewaschen. Wow, so sauber. Pinkfong, Freunde, dank euch konnten wir das Bad verlassen. Danke, Pinkfong. Danke, Freunde. Wenn du auf Toilette musst, halte es nicht ein. Sollen wir jetzt ein paar köstliche Kekse essen? Huh? Pinkfong sieht nicht so gut aus. Was ist los, Pinkfong? Uh? Uh? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Mama Auto Brum 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 Mama Auto Brum Brum Mama Auto Brum Brum Mama Auto Papa Auto Brum 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 Papa Auto Brum Brum Papa Auto Brum Brum Hoppa Auto Oma Auto Brum Brum Oma Auto Brum Brum Oma Auto Brum Brum Oma Auto Opa Auto Lasst uns fahren Monster Truck Zoom 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 Monster Truck Pugelschaft Pugelschaft Ja, das war's Pinkfong geht heute mit der Hai-Familie schwimmen Lass uns Pinkfong ins Meer folgen Helft uns, Freunde! Oh, ist es Oma und Opa Hai? Was ist passiert? Letzte Nacht haben einige böse Piratenaffen Mama Hai, Papa Hai und Baby Hai in den Dschungel mitgenommen Wenn wir sie jetzt nicht retten, könnte meine Familie in großer Gefahr sein Bitte, rette unsere Hai-Familie! Oh nein! Pinkfong, Freunde, lass uns die Hai-Familie im Dschungel finden! Lass uns zuerst Mama Hai finden! Hast du schon mal Mama Hai gesehen? Rosa Schwanz, Mama Hai! Hast du schon mal Mama Hai gesehen? Rosa Schwanz, Mama Hai! Oh, hier bewegt sich ein rosa Schwanz! Wer könnte es sein? Ich habe versucht, ein paar Fische zu fangen, aber wegen dir habe ich sie verpasst, Pinkfong! Es war ein Flamingo! Entschuldigung! Hm, könnte das Mama Hai sein? Hallo, Pinkfong! Das ist mein Ohr! Es war ein rosa Elefant! Wo ist Mama Hai? Aha! Ich habe Mama Hai gefunden! Ja, ich bin's, Mama Hai! Danke, dass du mich gefunden hast! Ich glaube, Papa Hai ist hier! Kannst du mir helfen, ihn zu finden? Gerne! Lass uns jetzt nach Papa Hai suchen! Hast du schon mal Papa Hai gesehen? Blauer Schwanz, Papa Hai! Hast du schon mal Papa Hai gesehen? Blauer Schwanz, Papa Hai! Hm, Papa Hai sollte hier irgendwo sein! Freunde, ich sehe hier zwei blaue Schwänze! Welcher ist Papa Hai? Hier? Rufen wir zusammen nach Papa Hai! Papa Hai! Bist du hier? Ihr habt recht, Freunde! Könnt ihr mir jetzt helfen, von diesem Baum herunterzukommen? Hm, wie können wir Papa Hai helfen, vom Baum herunterzukommen? Ssss, ich werde dir helfen, Ssss! Juhu! Vielen Dank! Mama Hai, dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü! Papa Hai, dü-dü-dü-dü-dü-dü! Hier sind sie, dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü! Hier sind sie! Wow! Sollen wir jetzt nach Baby Hai suchen? Hast du schon mal Baby Hai gesehen? Gelber Schwanz, Baby Hai! Hast du schon mal Baby Hai gesehen? Gelber Schwanz, Baby Hai! Oh, wer ist das? Ich bin ein Gepard! Ich zeige dir, wie schnell ich bin! Wow! Das ist beeindruckend! Hm, wo könnte Baby Hai sein? Oh, wir haben Baby Hai gefunden! Haha! Ich habe Pinkfong endlich gefangen! Sehr gut! Johoho! Ich werde heute Abend eine große Party mit meinen Freunden feiern! Oh nein! Gibt es jemanden, der uns helfen kann? Oh, da drüben ist ein funkelnder Schwanz! Pinkfong, versuch diesen Schwanz zu ziehen! Willen! Du hast wieder nichts Gutes im Schilde, Piratenaffe! Ah, es ist der Löwe, der König des Dschungels! Puh, das war knapp! Vielen Dank, Herr Löwe! Vielen Dank, Freunde! Keine Bange! Ich entschuldige mich im Namen der Affen! Es tut mir leid! Ich schimpfe mit dem Affen, damit er das nicht wieder tut! Baby Hai, du-du-du-du-du-du, Baby Hai, du-du-du-du-du-du, hier bist du, du-du-du-du-du, hier bist du! Mama Hai, Papa Hai und Baby Hai, alle sind ins Meer zurückgekehrt! Super Arbeit, alle! Pinkfong, Freunde! Dank dir hat es unsere ganze Familie zurück ins Meer geschafft! Danke, Pinkfong! Vielen Dank, Freunde! Super Arbeit, alle! Gehen wir schwimmen, ja? Was ist denn hier los? Oh nein! Was ist mit der Erde passiert? Es wird warm bei einem Grad mehr! Was passierte da unter dem Meer? Heißer immer heißer, die Erde wird heiß! Heißer immer heißer, die Erde wird heiß! Es wird warm bei einem Grad mehr! Statten die Korallenriffe plötzlich leer! Leer wie was? Heißer immer heißer, die Erde wird heiß! Heißer immer heißer, die Erde wird heiß! Autsch! Es wird warm bei zwei Grad mehr! Was passierte mit den Insekten? Heißer immer heißer, die Erde wird heiß! Heißer immer heißer, die Erde wird heiß! Autsch! Es wird warm bei zwei Grad mehr! flog der Schmetterling fort ohne Wiederkehr. Fort war's wie... Heißer, immer heißer, die Erde wird heiß. Heißer, immer heißer, die Erde wird heiß. Autsch! Es wird warm bei drei Grad mehr. Was ist mit den Bäumen los? Heißer, immer heißer, die Erde wird heiß. Heißer, immer heißer, die Erde wird heiß. Autsch! Es wird warm bei drei Grad mehr. Gab's vor Sturm und Blitz keine Zuflucht mehr. Sturm war's wie... Heißer, immer heißer, die Erde wird heiß. Heißer, immer heißer, die Erde wird heiß. Autsch! Was passiert als nächstes? Es wird warm bei vier Grad mehr. Was geschah da mit der Erde um uns her? Heißer, immer heißer, die Erde wird heiß. Heißer, immer heißer, die Erde wird heiß. Autsch! Es wird warm bei vier Grad mehr. Plattentrockenheit und Dürre, die Erde sehr... Dürre, was wie... Heißer, immer heißer, die Erde wird heiß. Heißer, immer heißer, die Erde wird heiß. Autsch! Schaut mal da! Es wird warm bei fünf Grad mehr. Was geschah da mit dem Wasser unseres Meeres? Heißer, immer heißer, die Erde wird heiß. 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 Autsch! Puh, das war alles nur ein Traum. Oh? Oh nein! Ho, ho, willkommen, Pingfong. Das ist der Indoor-Spielplatz, den wir betreiben. Alle Tierfreunde sind herzlich eingeladen zu spielen. Wow, lasst uns ein bisschen Spaß haben. Pingfong, Freunde, wollt ihr mit uns Verstecken spielen? Wenn ihr meine Familie findet, gebe ich euch Zuckerwatte als Preis. Zuckerwatte? Das hört sich toll an. Suchen wir die Hai-Familie. Wow, schaut euch die farbenfrohen Regenbogenrutschen an. Freunde, suchen wir hier nach Mama Hai. Hast du schon mal Mama Hai gesehen? Rosa Schwanz, Mama Hai. Hast du schon mal Mama Hai gesehen? Rosa Schwanz, Mama Hai. Freunde, da ist ein rosa Schwanz. Wer könnte das sein? Ist es Mama Hai? Hallo, Freunde. Ich bin ein Schwein. Oink, oink. Ich kann die Rutsche hochklettern. Oink, oink. Autsch! Oh nein, es ist gefährlich, die Rutsche hochzuklettern. Oh, ich sehe zwei Hai-Schwänze. Welcher gehört Mama Hai? Ihr habt recht, Freunde. Orange ist Oma Hai's Schwanz. Also, der Rosane ist wahrscheinlich Mama Hai's. Mama Hai, bist du das? Oui! Ihr habt recht, Freunde. Ihr habt mich gefunden. Und diese Rutsche macht sehr viel Spaß. Echt? Oui! Wir sind an einem Bällebad. Es gibt darüber auch ein Klettergerüst. Hm, Papa Hai sollte hier irgendwo sein. Lasst uns nach ihm suchen. Hast du schon mal Papa Hai gesehen? Blauer Schwanz, Papa Hai. Hast du schon mal Papa Hai gesehen? Blauer Schwanz, Papa Hai. Hm, ich habe diesen Schwanz schon mal gesehen. Wer war es noch mal? Brüll, ich bin's. Der stärkste Tierer der Welt. Brüll, aus dem Weg. Du gehst aus meinem Weg. Nein, beweg dich. Du gehst runter. Ah, ihr zwei. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr nett spielen und nicht streiten sollt, oder? Ah, es ist Papa Hai. Es tut uns leid. Freunde, wir sollten uns alle teilen und nett spielen, oder? Mama Hai. Hi, Dudududududu. Papa Hai. Hier seid ihr. Hier seid ihr. Wow! Wow! Es ist, als würde ich fliegen. Das macht so viel Spaß. Freunde, lasst uns auf das Trampolin springen und nach Baby Hai suchen. Hast du schon mal Baby Hai gesehen? Gelber Schwanz, Baby Hai. Hast du schon mal Baby Hai gesehen? Gelber Schwanz, Baby Hai. Pingfong, Freunde, springen wir etwas höher. Wee! Wee! Wow, wir sind so hoch. Aber wo ist denn jetzt Baby Hai? Ich habe dich gefunden, Baby Hai. Ah, du hast mich gefunden. Pingfong, Freunde, ihr seid wunderbar. Baby Hai, Dududududu, Baby Hai, Dudududududu. Hier bist du, Dududududududu, hier bist du. Wow! Mama Hai, Papa Hai, Baby Hai. Wir haben die Hai-Familie gefunden. Gut gemacht, Leute. Ja, Pingfong. Hier ist die Zuckerwatte, die ich dir versprochen habe. Oh, ich habe auch welche für meine Familie. Wow! Danke, Baby Hai. Es sieht lecker aus. Lasst uns schaukeln gehen, wenn wir mit dem Essen fertig sind. Das klingt gut. Oh, mein Bauch tut weh, au-au-au. Autsch, aua! Mein Bauch tut weh, au-au-au. Autsch, aua! Ein bisschen länger, ein bisschen länger. Ich will doch nur spielen. Autsch, aua. Mein Bauch tut weh, au-au-au. Warte auf mich, Teddy. Kein Problem. Warte auf mich, Auto. Brumm, brumm, ja klar. Wenn du A-A musst, mach A-A-A-A-A-A-A-A-A. Halt es nicht zurück, mach einfach A-A-A-A-A-A-A. All dein Spielzeug wird auf dich warten. Oh, 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 oh. Halt es nicht zurück, mach einfach A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! EH-A-A-A-A-A-A-fäh. Muss gehen, kann es nicht mehr halten. Piepi, Piepi! Muss gehen, kann es nicht mehr halten. Oh, hoh! Ein bisschen länger, ein bisschen länger. Ich will doch nur spielen. Muss gehen, kann es nicht mehr halten. Warte auf mich, Dino. Keine Sorge. Werdet ihr auf mich warten, Spielzeugsoldaten? Jawohl! Wenn du Pipi machen musst, Pipi, Pipi, Pipi. Halt es nicht zurück, mach einfach Pipi. Pipi, all dein Spielzeug wird auf dich warten. Pipi, 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 Pipi. Halt es nicht zurück, mach einfach Pipi. Viel besser! Hallo Leute! Gefällt euch unser Video? Vergisst nicht, uns zu abonnieren! Abonnieren! Sucht nach Pingfong auf YouTube!